Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gaming Late Night. Das verrückte Format, das wir jetzt schon zum zweiten Mal machen. Und zwar nicht nur ich, sondern auch der Nazrael zum Beispiel. Ja, hallo, zum zweiten und vielleicht zum letzten Mal. Wenn wir nochmal Hello Kitty Online spielen. Nicht wieder. Okay, wir spielen jetzt Monaco. Und zwar zum Beispiel auch mit dem Drachenburschen. Ja, und nicht nur der Drachenbursch ist dabei, auch der Lesser. Darf nicht vergessen werden. Die Überleitung steigen hier richtig. Ja, muss so sein. Lesser, du musst auch nochmal Lenn, ne? Ja, hier, Blendings. Ja, genau. Muss ich? Okay. Ja, muss ich. Also. Und der Lenn ist ja auch noch dabei, wie man vielleicht schon bei der Anmoderation gehört hat. Ja. Sollen wir gleich anfangen? Ja. Fangen wir gleich an. Warte, soll ich das noch von dir vorlesen, weil du es ja nicht geschafft hast, den Lookout vorzulesen? Also ich habe den ersten Satz übersprungen. Hauptsache, wir fangen einfach an. Du hast Psst, übersprungen. Genau. Okay, Psst. Wer schickt euch morgen auf morgen? Hui. Ich bin zu... Ich bin zu... Ich bin zufrieden, und sie werden Hector in der Zoo schicken. Der Locksmith... Relax, Chief. Ich kann uns aus hier rauskommen. Lesser, halt die Klappe. Psycho-Psycho-Passive coming to. He'd better not make a sound. Escape from prison while the storm lasts. Ready? So, also wir sollen auch aus dem Gefängnis ausbrechen, während der Sturm anhält. Machen wir das jetzt Roleplay-mäßig? Darf ich jetzt gar nicht mehr reden? Nee. Du darfst Punkt, Punkt, Punkt sagen, wenn du möchtest. Nee. Wer bin ich denn? Ähm. Also in dem Spiel gibt es kaum Tasten. Muss man anlangen. Wer bin ich denn? Ich bin der hier. Okay. Ich bin der Blaue. Ich bin der Rosa-Fahrt, ne? Also die meisten Interaktionen werden damit... Der bin ich. Wir sind immerhin zu viel, das ist schon mal gut. Ihr wollt vielleicht auch einmal RB drücken? Watch out for guards. Was bringt das? Das heißt, ich kann die sehen, ne? Das heißt, ich kann die sehen, nicht mehr. Dear Mom and Dad, life as a prison guard has been pretty boring. Mainly, I spend all night just staring at my computer, hoping for something exciting to happen. But the day never comes. So I'm relegated to babysitting drunks, deadhorts and thieves while my buddies in the force are chasing the real criminals. They all make fun of me. They call me White Shirt. And because I don't carry a gun, they say that I am a second-rate law enforcement officer. Ihr seid ziemlich blöd im Ausbrechen, wisst ihr? Ja, aber der Typ hat sowas Interessantes zu erzählen. Der Typ ist eigentlich ein Running Gag, weil der immer wieder im Spiel erscheint, genau. Und immer wieder lustige Texte hat. Aus der Cheese Farm, give my love to Estelle and Milk account for me. Love, your White Shirt Son, Pierre. B.S. I'm still having nightmares about Billy. I can't believe you've lashed him down the toilet. So, das wiederholt sich. Hier, sneaken, LT. Sneaky, sneaky, sneaky. Ich kann breakdansen. Kann man eben beim Kackenstirn, äh beim Pissenstirn unten. Bitte was? Da pisst du auch einer, oder? Ja. Ich pisste ja. Läuft bei dem. Ich kann auch. Ja. Ja, das ist, wow. Jawohl, Gruppenpissen. Hier kann nur einer. Nicht von der Seite. Ich verpisse, ich mach da rein. Das verpisst dich, Mann, ich will auch mal. Lass laufen. Man kann auch weiter in die andere Richtung, überall hin. Ja, toll, geil. Ja, das ist... Kann sogar euch anpissen. Wow. Das ist mir schon sehr lange an. Okay, gut. Ja, läuft bei mir halt. Äh, wieso komm ich da nicht hoch? Wieso pissen wir dann schon wieder? Vielleicht sollte ich mich davor erleichtern. Das könntest du machen, natürlich. Oh mein Gott. Wir müssen sich gerne gegen einsam. Wir müssen natürlich alle Coins einzusammeln, oder? Jo. Die sind wichtig auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Äh. Na toll, wer hat jetzt... Alarm! 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 Warte, und ich kann die Leute, ich kann die Typen Secret ausschalten. Ich kann die AKO schlagen. Sicher, dass es der erste Level ist? Warte mal. Street Level? Ja, welcher soll das sonst sein? Das ist, das ist der erste Level. Das ist der erste Level, gut. Der kommt ja hier. Ah, jetzt sind alle gleichzeitig. Ah! Ich bin gerade am strugglen. Ich brauche... Ah ja, jetzt habe ich eure View auch wieder. Gut. Das ist sehr gut. Damit ich alles sehr encarn. Wie sieht man... Wie kann man das ändern? Oh nein, 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 nein. Rb. 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 Solltest du... Rb? War es nicht? Nee. Dann, äh... Y. Y was. Okay. Geckschuss. Menze, 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 ja, ach ne. Menze, 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 menze. Ja, ach ne. Ja, ach ne, ich hatte das Spiel noch nie gespielt, Junge. Ja, ach ne. Okay, tut mir leid. Damit ich mal meine Fähigkeit teile. Ja, schau die mal aus. Haben wir hier schon alle? Pam! Wir brauchen hier noch vier Münzen. Vier Münzen fehlen ja noch. Hat irgendwas kaputt gemacht? Oh, ich habe Licht ausgemacht. Vier brauchen wir noch, wo sind denn die versteckt? fehlen uns noch drei. Ach, die sind in den Toiletten drin. Holt die mal. Geht in jede Toilette rein. So, na toll. Warte, warte. Geht weg von dem. Ich schalte ihn aus. Ich schalte ihn nicht aus. Ich schalte ihn nicht aus. Lauf, 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 lauf. Ihr könnt ihn, wer ist der Cleaner? Ich weiß, dass man den so ausschalten kann. Ja, von hinten, aber. Ach, hier sind noch Münzen. Hier sind die letzten drei Münzen. Hast du? Ja, hab ich. Perfekt. Cleaner. Wir haben es zum Fluchtauto geschafft. Wenn man kann ihn auch von vorne ausschalten, dann dachte ich dabei irgendwie nicht sehen. Was war's? Hübs. Ähm, hübs. So, boah. Ja, ist egal. Wieso komm ich? Hallo? Achso. Der Läser fehlt noch. Mensch, Läser. Ja, Läser. Ich weiß nur noch, dass Läser wieder als erster stirbt. Was, Lila, ist doch der Cleaner und du warst der Cleaner. Ich war drinnen. Nein, das war wirklich nicht. Geil. Entschuldigung. Vier Minuten haben wir gebraucht für die erste Mission. Das ist lustig. Voll okay. Pickpockers. Nichts Neues. So, bei irgendwem... Wir sollten wieder die gleichen spielen. Das ist bei mir. Also die gleichen spielen, damit wir die Story weiter fortführen können, so. Ja, na gut. Äh, we need bestboards. Ich mach meinen Bart total gerne. Money. Friends. Und Punkte. Punkte brauchen wir auch unbedingt. Und Punkte. Punkte brauchen wir auch unbedingt. You guys remember Dick Feller from Cell Block B? The one who ducked the channel? Nobody locks up Mole. Bum bum bum. Mole has freedom spoon. Hahaha. Yeah, apparently he's connected. Interpol is transferring him to Clairvaux by bus. If we can hijack that prison transport, we should have all friends we'll ever need. The Mole is connected to the criminal underworld. Rescue him from the hijacked prison transport. Ready? Also, es gibt einen weiteren Charakter, und den sollen wir jetzt gerade mal retten, weil der gerade irgendwie... Ich würde sagen, es wird trotzdem bei den Viernern, die jetzt haben. Ja, ja. Ich will ne Gun. Ich will ne Gun. Okay. Kann ich das jetzt? Die Gun benutzt du jetzt auch RT, aber GDT benutzt die nicht. Doch. Shut up. Nein, du... Oh. Der Nase. Der Nase. Ja, oder so. Nee, diesmal war ich nicht. Du bist ein richtiger Hammer. Komm in den Busch. Wenn ich schon in deinem Busch drin bin, dann musst du nicht so lange. Einfach erschießen. Muss man mal ausprobieren. Die können sich gegenseitig wiederbeleben, oder? Die wurden erschossen. Da ist kein Wiederbeleben mehr. Die können sich nicht wiederbeleben. Wir können uns wiederbeleben. Achso. So war das. Ja, ich weiß, es ist schon länger, dass wir's gespielt haben. Oh, ich hab keine Munition mehr. Monaco Railway Station. Hatten wir alle? Hatten wir alle Münzen? Ja. Nein, aber es geht weiter. Tatsächlich, wir haben 16 Münzen liegen lassen, Jungs. Das Level ist groß. Man muss ja, glaub ich, noch zweites Mal hin. Ja, 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 ich sag's dir jetzt. Ich trage auf, weil ich nicht mehr so viel. Wie kommen wir denn da oben hin? Oh, ich hab keine Waffe mehr. Alter. Alter. Ihr seid so brutal. Ja, Junge, für was haben wir denn die Waffen? Wobei, irgendwer von uns kann die auch ausknocken. Ja, ich. Richtig, aber ihr lockt die ganze Zeit an. Das ist total dumm. Wie ist das? Wir haben das Spiel halt... Nein, Moment. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ich hab keine Ahnung, wie's läuft. Und ich mag diese Art von Spiel auch nicht wirklich. Au den um, au den um! Etat! Bam! Ganz zumachen. Hier. Zwei auf einmal hab ich, glaub ich, erwischt. Ich find die viel zu unübersichtlich. Keine Ahnung, was hier passiert. Was ist das eigentlich? Geh mal da rein. Ohne Münze dazu. Geh mal da raus. Geh mal da rein. Geh mal da rein. Geh gut. Geh mal da raus. Geh mal da raus. Ist da der Maul? Ah, die nimmt sie runter. Da oben ist doch noch ne Münze. Das sieht man sogar auf der Karte. Wo? Ahza. Hier. Ja, dann hol sie doch. Hab ich doch geholt. Hab ich wieder Waffe jetzt. Dann gehen wir jetzt zur Shoreline. Okay, dann gehen wir jetzt zur Shoreline. Zur Küstenlinie. Haben wir denn hier alles? Ja. Hier kommt ein Mächter. Grrrr. Hey, das ist der Maul, oder? Ja. Ich weiß noch, wo du ihm gesagt hast. Ja. Ich hab ihn gelassen. Ich hab den Maul. Ja. Ich kann mich erinnern, als er das gesagt hat. Ja, ich doch noch der Sohn. Ja, hallo, du kannst dich hier durchgegen. Ja. Ja, ich kann's nicht. Ja, Digga. 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 Du bist Digga. Was kann ich nochmal? Garni. Du bist, was? Lookout. Wenn du schleichst, sehen wir mehr. Ah. Dann sehen wir zum Beispiel Gegner. Wenn du LT gedrückt hast. Aber hier sind keine Gegner. Jaaa. 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 Da. Go. Cleaned out. Go. Oh Mann, ich bin von der falschen Seite rein. Good time. Very fast. Haben wir alle bekommen? Jawoll. Wahnsinn. Haben wir gut gemacht. Wir sollten wirklich was überfallen gehen. Hm. Ich will den Cleaner. Sollen wir nicht weiter bei den gleichen bleiben? Jaaa. 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 Meineswegen. Dann bin ich der Mole. Okay. Du bist eine Lüge. Ich wurde zum Mole. Dirty Criminals... Darf ich schon? Jaaa. Dirty Criminals rescued Mole. Mole is grateful. No time to talk. Gotta find Passports. Get out of Dodge. Embassies have Passports. Three Embassies in Monaco. Lebanese is least secure. You have intel on this place? Mole has done this before. Objective. Steal Passports from the Lebanese Ebessie so that you can escape the country. Ready? Ready. 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 Ready Eddie. Schauen wir mal ob das... Bisher haben wir es echt gut gemacht. Wir wurden noch nicht mal angeschossen. Steal Passports. Ich sterben sowieso als erstes. Ja. Damit rechne ich. Aber das ist nicht normal oder? Ich beweis euch das Gegenteil. Ich beweis euch das Gegenteil. Das wäre nicht normal. Ich beweis euch das Gegenteil. Siehst du die ganzen Fäuste? Israel? Das ist deine Fähigkeit. Ja das mach ich halt. Genau. Das hab ich inzwischen kapiert. Alarm! 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 Ich hab das Spiel verstanden. Alarm! Da ist einer am Pissen. Alarm! Toll! Das interessiert dich wohl sehr. In der Tat. Schau mal wie viel ich schon eingesammelt hab. Mit Abstand am meisten hier eingesammelt. Sollst du hier schnell in den Busch rein, dann sieht er mich auch nicht. Genius. Hab ich gut gemacht. Hallo, pass auf. Darf die Kamera. Kannst du hacken. Ja? Und? Ich kann aber auch durch, wenn's grün leuchtet. Ja ich hab nicht gesehen, dass es grün leuchtet. Ah! Hm. Was siehst du denn überhaupt? Was? Ich hab dich nicht aktiviert. Lüge. Ja du hast es nicht. Ne war ich auch nicht. Bei mir war's noch grün. Aber ich bleib jetzt hier unten in meinem Busch sitzen, weil... Da kann ich dann schön auf euch warten. Ich bin tot. Dann stell dich zu mir. Nasr AG auf meinem Busch kommen. Was? Nein. Das ist jetzt mein Busch. Aber der Leather muss doch zuerst sterben. Ich sterben? Bist du tot? Nein noch nicht, aber er ist auf gutem Wege. Stirb! Gut gemacht. Oh 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 oh. Bitte stirbt jemand anders als erster. Der kackt dir schon wieder. Ja ich bin bei dir rein. Danke. Toll Leather. Schön. Very well done. Ja. Ich bin der Best. Hoch. Da kann man auch noch wieder hin. Der andere Eingang. Das kann man nicht gleich hacken. Ah. Ich hack das mal eben. Ich glaube bei dir hackst du. Du lala. Oh no. Oh no. Du hackst. Du hackst. Ui. Ich habe mich wieder verlebt. Oh Alarm. Quell Alarm. Ich glaube hier ist das Luftauto. Na 4. Alarm. Nye hier müssen wir aber nicht hin… wir müssen nicht her. In den second floor. Haben wir hier um schon alle Münzen? Ja, haben wir, oder? Wir haben alle Müssen, ja. Vorsicht, Vorsicht. Da ist noch eine Wand. Ja, aber da ist auch noch eine Guard. Oh, ein Guard. Du musst ja mal wegklassen. Wir haben hier einen Busch um die Ecke. Alles gut, alles gut. Jawohl, seht ihr, so geht das. Wir haben das Spielprinzip voll verstanden. Ist schon jemand gestorben von euch? Gut, ne. Schade. Herr Ressau, alles noch für dich frei. Nein, ich sterbe. Das ist hundertprozentig nicht. Heute auf keinen Fall, niemals. Noch haben wir keine Waffen, noch ist es noch machbar. Oh, oh. Ich hab gehackt, ich hab sie gehackt. Wieso jagen sie alle mich? Ja, weil, ist so. Ah, der erste ist doch tot. Wer war's? Ich kenne dich von YouTube. Len, 16 war tot zuerst. Ja? Kann nicht sein. Len? Len? Ich bin tot, ich kann nicht reden. Lenny? Ja. Okay. Danke. Ich bin stark dafür, dass wir nicht mehr reden, wenn man tot ist. Ich bin stark dafür. Echt? Ganz bald ist da wirklich viel zu sagen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte schon sagen, er redet bald gar nicht mehr. Ich rede nur von diesem Spiel. Spätestens bei Schivel. Aha, so, jetzt macht er schon Einschränkungen hier. Ja, bei Schivel, wo ist es braucht man hier? Ja, hier auch. Na ja. Hat er das gar nicht gehört, dass wir da waren? Ne. Was für ein Lämme. Oh. Oh, okay. Kann ich sie? Ist sie? Komm hoch. Der fragt, ob hier jemand ist. Da fehlt noch einer. Ah, cool. Ah, cool. Komm her. Ah, das muss man leider gedrückt halten. Und das ist, egal. Ah, so viele Bilder. Oh, die Boxen nicht, Claude. Ah. Wie witzig. Du hast vier auch. Wer von euch hat das Spiel schon mal gespielt? Ich weiß. Ist mir auch aufgefallen. Die, die zuerst sterben. Ah, das ist echt lange her. Mal, weil sie sollte man das hier auch mit Taktik spielen. Wir spielen es gerade mit Durchrennen. Takti, was? Takti. Da. Wir haben jetzt eine Münze, oder? Nee, da fehlt eine. Wo? Rechts, rechts unten. Ja, ich sehe es. Ups. Eine Münze. Ach, du hast sie? Ich habe eine Münze, ja. Hier zum Main Office. Wo ist Main Office? Wo ist Main Office? Uuuuh. In Main. Ich bin beim Vesor irgendwo in der Nähe. Ah, es ist. Ich nicht. Ach, da.